Boah Leute, mir reicht's langsam mit meinem Bart, der piekst mich nur noch. Da bleibt Essen und Creme und Hass nicht drin, Seengehängen. Mich juckt es die ganze Zeit, ich fussel mir die ganze Zeit im Gesicht rum. Der Bart kommt jetzt ab. Frisur Nummer 1. Frisur Nummer 2. Sehr geil. Und so sehe ich dann komplett rasiert aus, glatt. Jetzt habe ich wieder so ein Milch-Bubi-Face und dazu noch mit den langen Haaren, das passt jetzt überhaupt nicht. Jetzt muss ich eigentlich schon wieder zum Frisur gehen, aber ne, da habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte mal längere Haare haben, die werden weiter wachsen, also kann ich mir einfach den Bart wieder wachsen lassen. Dann rasiere ich mir den irgendwann wieder ab, wenn der mich nervt. Ja, so ist das in Australien. Da gibt's dann schon mal auf so einem Rest-Stop einfach so eine Bude, die hat offen und wenn du hier vorbeifährst und die offen hat, dann kriegst du da umsonst einen Kaffee. Cool. Und was natürlich nicht fehlen darf, der Barbecue. Oh Leute, die Domino Pizza ist gekommen und wir dachten schon, sie kommt gar nicht mehr, weil wir schon so lange gewartet haben. Und jetzt ist sie da und jetzt freuen wir uns noch mehr. Meine Frisur sieht so beschissen aus, das kann ich unmöglich ins Video nehmen. Ach Leute, ihr kennt das, wir sitzen samstags im Van und suchten Internet und fressen Chips. Gesunde Ernährung, suchten und chillen unseres Lebens. Da hinten liegt der Philipp in seinem Kofferraum und macht auch nichts anderes als wir. Und jetzt werden wir noch ein bisschen hier so im Van rumgammeln und ein bisschen Sachen erledigen. Wisst ihr was? Ich könnte das Video an dieser Stelle eigentlich schon beenden, weil viel mehr werden wir heute gar nicht mehr machen. Wir werden nur noch im Internet rumgammeln. Wir werden nichts anderes mehr machen heute. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen und jetzt wisst ihr ja, was wir so den Samstag über machen. Ich weiß, das ist erschreckend, aber ich wette, die meisten von euch machen es gar nicht so anders. Ich mein, du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, was du diesen Samstag so machst oder letzten Samstag gemacht hast. Da bin ich mal sehr gespannt, was ich da zu hören kriege, zu lesen kriege viel mehr. Morgen wieder einschalten, kannst du abonnieren drücken, dann verpasst du keine Videos mehr. Ansonsten wir mal eine Bewertung da lassen, da würde ich mich drüber freuen. Bis dann. Ciao!